Hier sind noch mehr Spinte Hier noch irgendwas? Wow, okay Oh, scheiße, ich bin voll drüber gelaufen Wie schaltet man den Alarm aus? Hier sind zwei Spasten Komme Inventar voll, fuck Hier ist wieder ein Spasti Ich bin tot Warte, halt durch Ich Ich will keinen Stress machen, aber noch Sechs Sekunden Ja, ich komme gefliegt Ich komme gefliegt Jaaaa Oha, das war aber gerade im März nur, ne? Ich weiß, sorry Alles gut Inventar Entwürfe Bitter Bitter Kuts Bitter Oh, mollis Okay Warte, habe ich auch Bitter Bitter Okay, von mir aus können wir wieder Oh, hier ist ein Schrank Ja, hier liegt noch eine Waffe, die würde ich gerne mitnehmen Aber ich gucke gerade, was ich dafür Verknispeln kann, ich glaube nichts Inventar voll Ja Bauen wir gerade mal schnell ein paar Molotovs und Dinger Ja So So Du hast die Waffe eingesteckt? Äh, ja Sehr gut Molle Hier noch irgendwas Chemikalien, okay Ah, da hinten ist einer Wow Okay Da war mal einer Ja, der zerrubbt mich Ich bin tot Er ist auch tot Ich habe ihn mit dem Pfeil in den Brustkorb getroffen Den ich jetzt gerne wieder hätte Ja, danke Und hier ist ein Beil Warte Fleischer Messer Ach, die Premium Wurfsterne Lass ich mal fallen, vielleicht kannst du die gebrauchen Oh ja, Wurfsterne Weil du wirfst die so gerne, ich mach das überhaupt nicht, ja Ich liebe es, vor allem wenn ich damit diese Teile in die Luft jahren kann Ach so, siehst du mal, jetzt wo du sagst, ich habe eben ein Skill gelernt, damit kann ich explosive Wurfsterne herstellen, das wäre mal was Wow Ja, aber das wäre nicht gut für meine lieben Mitstreiter Hier ist wieder was Hier ist überall was Tatsächlich Boah, das ist das Loot-Paradies, ich muss hier raus, Alter Ich sniff hier nur noch durch die Gegend und ich renne durchs Feuer für Loot, ey Boah, lohnt sich Hauptsache ich habe den Typen eben ins Brustbein geschossen, Alter Da läuft wieder einer Tötend Alter, wie viele Zombies gesagt Der ist noch nicht ganz Niedergeschlagen, Alter, da robb ich schon an dem rum, ne Hier sind Spinte, zwei Stück Ja, hier ist auch ein Schrank, den du öffnen kannst Wow, ich kann keinen Alkohol mehr aufnehmen, da gibt es wohl doch ein Stack-Limit Schränke? Ah ja, hier Alter, wie viele die ganze Ziel gibt Oh Gott Oh Gott Ja, der geht doch nicht aber auf mich, ey Was ist hier los? Ah, ich muss noch ganz kurz regenerieren Aua Ja vive, komm mal her Ja Hast du das gesehen? Oh ja. Boah, wieso muss ich hier so viel liegen lassen, Alter? Ohne Witz. Die ganzen Beile. Ich würde die mitnehmen gerne. Loot. Loot-Wut. Kannst du noch irgendwas aufheben an Waffen? Nein. Scheiße. Boah, das lohnt sich so derbe hier, ne? Oh, warte mal ganz kurz. Suchen sie den Raum. Was soll man denn hier suchen? Jade, bisher Fehlanzeige in Sachen Antizin. Wir müssen wohl mal über eine Alternative reden. Ich war aber noch nicht im Klassenzimmer 10. Der Keller ist ziemlich groß. Finde den Schlüssel. Wir sehen uns dann unten. So, in 10 Minuten mag ich mal eine Aufnahmepause, ja? Na, noch das Rücken. Irgendwo hier muss der Schlüssel sein jetzt. Ja, hier sind Wurfsterne. Habe ich schon aufgenommen bei mir. Oh, hier ist ein Schrank, den wir nicht öffnen können. Achso, wir müssen jetzt zurück, ne? Wie kommen wir zurück? Ja, la. Ah, hier. Hier ist noch ein Raum. Lecker. Oh, genauso wie die Tülette noch mal an meiner Hauptschule. Oh, auch mit der Leiche oder was? No, aber nur jeden Donnerstag. So, where do we have to go? Hier lang. Und hier lang. Und doch nicht, aber hier lang. Und hier lang. Und hier lang. Und, keine Ahnung, ich bin in der Sackgasse. Wow. Hier. Ja, und dann hier. Und dann immer sniffen, sniffen. Oh. Oh, hallo. Typ, du bist tot. Nein! Oh, nein. Ich auch. Nein. Der Typ hat uns beide getötet. Ich habe da auch so sehr draufgehauen, weil ich gedacht, das wäre ein normaler. Ja, ich auch. Das war schön mit dir, ne? Ach, ist das geil. Oh, was? Es ist so geil, dass wir gestor... Ach, wir sind noch in der Mission, alles gut. Ah, das ist der letzte Checkpoint gewesen, wo du den Schlüssel gefunden hast. Und jetzt müssen wir nach Hause rushen. Achso, dahin rushen. Nach Hause rushen. Ah, Checkpoint! Was ist das bitte für eine Schule, Alter? Das ist ein hässliches Fuck-Gebäude. Das ist keine Schule. Du guckst, ob meine Welt schon im Land hier sind, ey. Erschöpftikus, martikus, bigus. Asmartikus, bigus. Was? Maximus, diabeticus. Totus oftus. Ach, jetzt kommt der nicht, oder was? Der ist doch schon tot. Wow, wir müssen eins nach unten. Wir müssen eins nach unten. Wir kommen nur nach unten. Hier. Wow, wow, wow. Was hast du? Wo? Was? Da kam aus dem Nichts und hat einem am Hals geklangen. Ja! Speedkillmanager. Halt die Fresse, Olle. Boah, Hammer Time, ey. Wie kommen wir nach unten? Hier lang. Wow! Ich konnte die Tür nicht öffnen. Ich habe was Wasser. Hello, my friend. Och, nee. Och, nee. Och, nee. Was denn? Och. Gott sei Dank hatte ich die Pfeile dabei, Alter. Ich finde es ja auch so geil, dass ich die Pfeile wieder aufheben kann, ne? Das ist so geil. Oh, ja. Sportfall, viel Geld. Wo, wo, wo? Ach, da. Kannst du mir hier mal helfen? Ja, klar. Du bist vielleicht ein Trampel. Doch gleich den Kopf aus der Tür und ruf. Hier sind wir. Kommt uns holen. Hey, man muss nicht immer alles komplizierter machen. Das ist nötig. Sprengstoff. Scheiße. Das ist Plastik-Sprengstoff, oder? Oder? Ich mag das, wie sie das R rollt. Ich mag das, wie sie das... Ich kümmere mich um die hier. Was? Nachfragt. Das könnte ja auch Zahnpasta sein. Mach dich nicht lächerlich. Wir kämpfen gemeinsam. Und den, den Sprengstoff überlassen? Nein, geh. Ich mach das. Wir sehen uns an dem Turm. Aber lass ihn nicht fallen, bitte. Wobei, das macht bei C4 nix. Aber trotzdem. Sprich mir, dass du Rahim vom Nest fern bist. Nein, natürlich. Versprochen. Und nun geh schon. So, jetzt kommen wieder 20.000 Beißer, oder was? Nein, die Typen. Hallo. Sieht halt gleich aus. Ja, du hast ihn zerteilt. Das ist der Plan. Looten. Alter, die haben so richtig krasse Waffen dabei, wa? Heils, ja. Und ich find's scheiß, dass mein Inventar voll ist. Alter, ich... Alle Billowaffen... Wech damit, ey. Mittelalter Axt. Ah, hier hinten müssen wir lang. Ja, ich... Lass mich looten. Oh Gott, looten. Hast du deswegen gerülpst? Ja. Mist. Jade und ich waren auf der Suche nach Antizin und... Wow. Es war sehr schön, da storytechnisch weiterzukommen, indem man Sachen hört, die man sonst nirgendwo hört. Danke. Ja, was geht mit dir, Typ, Alter? Wasch dich mal. Ich glaube, dir hilft doch kein Waffen. Warum ist es dunkel? Warum nicht der Stroh? Ja, Jade. Ach, egal. Es ist nicht mehr wichtig. Nacht überlebt. Ja! So, zurück zum Tor. Erstmal looten. Oh ja, in der Tat. Und wenn wir im Tumsel machen, machen wir dann Pause, ne? Richtig. Okay. Das muss jetzt auch schnell gehen. Okay, dann go. Ohne Hinternisse. Holo, loben, wie gesagt. Wow. Bist du da jetzt hochgekommen? Nein. Ah, du bist... Ah, okay. Ja. Go, go, go! Go, go, Gadget. Wow. Aua, 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 aua. Wo bist du? Auf dem Weg zum Turm, glaube ich. Okay. Bin knapp hinter dir. Alles klar. Boah, diese Ausdauer, Alter. Ja, nice, danke. Was denn? Beak your managers unterwegs zu mir, Alter. Halt die Frasse! Hast du gerade einen Pfeil aktiviert? Nein. Boah. Oh Gott, ey. Junge, Junge, Junge. So, schnell mal hier zum Quartier-Manager. Kein freier Slot, ja. So, am besten schnell hier zu der Dingens. Mal ganz kurz die Cutscene machen, weil dann wird er auch gespeichert, denke ich. Ja. Bleibs dann aber einfach im Spiel und mach dann kurz die Aufnahmeausgleich. Ja. Jade hat mich angefunkt. Ja, danke. Ja, das Erste, was ich mache, wenn ich Leute sehe, ich mach zwei Zentimeter vor dessen Gesicht die Lampe an. Was war das denn? Ich glaube, irgendwer hat gebläht. Entschuldigung. Ich habe nicht gedacht, dass er so ein großes Ausbrunnen hat. Crane, Said hat mir von dem Sprengstoff erzählt, den ihr gefunden habt. Perfekt. Jade hat ihnen Said gegeben. Er war bei einem Entschärfungskommando. Kennt sich also aus. Ja, ein glücklicher Zufall. Antizin zu finden, wäre aber noch besser gewesen. Mein Kumpel Oma sorgt dafür, dass Said das Zeug mit Zeitschaltern ausstattet. Wir müssen ja Zeit haben, rauszukommen, bevor alles in die Luft. Gibt hier kein Wir. Ja, das Nest muss vernichtet werden. Was war das jetzt? Aber ich werde das erledigen. Keine Ahnung. Aber... Aber... Das ist mein Plan. Und ich werde ihn perfekt ausführen. Versprochen. Aber... Verdammt. Es hat eh keinen Sinn, mit ihr zu diskutieren. Ich melde mich, sobald Said die Sprengladung vorbereitet hat. Es ist also abgemacht? Wenn's sein muss. Haben wir einen Deal? Ja. Wir haben einen Deal. Okay, noch was. Ich hab so einen merkwürdigen Infizierten gesehen. Ist Dr. Sarah im Anhänger? Ich brauch mal seine Meinung. Nein. Er ist unten in der Krankenstation bei Dr. Lehner. Danke. Wir sehen uns. Wow. Wow, sind hier viele Krümel. So, äh... Ja, sollen wir jetzt hier mal Ding inszen? Ja, können wir machen. So, Aufnahme aus.